Einstellen der Uhrzeit an einem Saugroboter. Am Beispiel des Samsung PowerBot VR9200. Stellen Sie die Uhrzeit Ihres PowerBots ein, um die Timer-Programmierung nutzen zu können. Drücken Sie die Clock-Taste. Stellen Sie mithilfe der oberen Navigationstaste die aktuelle Stunde ein. Drücken Sie die rechte Navigationstaste, um zu den Minuten zu wechseln. Stellen Sie die Minuten wiederum durch mehrmaliges Drücken der oberen Navigationstaste ein. Drücken Sie die rechte Navigationstaste, um zum nächsten Punkt zu kommen. Wählen Sie nun mithilfe der oberen Navigationstaste zwischen AM und PM. AM steht für die Zeiten vor 12 Uhr mittags, PM für die Zeiten danach. Drücken Sie die Start-Stop-Taste, um die Einstellungen zu speichern. Schauen Sie sich auch unsere anderen Tipps- und Tricks-Videos zum Thema Haushalt an. Wir beginnen mit der Tatsache mit dem Falle ab, den Start-Stop-Taste und den Start-Stop-Taste von 2 Uhr mittags, der neue Normale umfassend. Wir beginnen mit den Anfangsjungen mit dem Falle ab, den Start-Stop-Taste